Willkommen zurück zu einer neuen Folge Beyond Good and Evil. Alex hat mir gerade den Controller zugeschoben und jetzt darf ich weitermachen. Bei so einer einfachen Stelle ist das natürlich kein Problem. Oh, er hat ihn gesehen. Tod, ne? Sofort? Ach du grünes Hühnerei. Sofort gestorben. Hier ist erstmal ein Keks. Ich bin nicht gestorben, sie haben mich bemerkt und ich bin nicht gestorben. Dramatische Musik. Okay, das war's. Nochmal? Na? Achso. Ich muss wieder weg. Okay. Zone gesäubert. So. Äh, irgendwelche Ideen? Mhm. Na? Wenn keiner guckt, musst du bis zu der Kiste nicht nach vorne schleichen. Okay. Aber die Kamera guckt sowieso nicht zu dir, glaube ich, sondern nur die Alphas. Also jetzt zum Beispiel. Kommt dann nicht gleich der nächste um die Ecke? Ja, aber bis er da ist, bist du schon bei der Kiste. Okay. So, machen wir's. Wahnsinn, du bist so schlau. Und jetzt? Hm. Die Kamera guckt doch zu dir. Ja. Diese Schussanlage schwebt gerade über meinem Kopf. Ja. Genau. Also die Laser verschwinden immer... Oh Gott, man kann die nicht mal töten, die Alphas. Die haben nicht so einen Rücken-Rucksack. Ja. Ich gucke mich noch mal ganz kurz ein bisschen um hier. Ähm. Ja. Das war's. Kann man den hinterher laufen? Ich befürchte fast, dass es die einzige Möglichkeit ist. Aber so geduckt am besten. Und tot. Baaah, tot. Das war jetzt aber auch fies da in dem Käfig. Okay. Next try. Boah. Da hatte ich ja echt die simple, einfache Passage. Und jetzt kommt da der Knaller. Ich frage mich, ob man die Kameras vielleicht abgyro-twisten kann. Vielleicht. Und wenn der sich so gerade um die Ecke dreht, hast du ein paar Sekunden, könntest du mal versuchen, einen Schuss abzufeuern auf so eine Kamera. Okay. Wenn du willst. Eindringling! Eindringling! Mist. Boah. Eine Sekunde zu spät wieder geduckt. Ich hätte mir nicht so viel Zeit lassen sollen. Gut. Die Idee war nicht schlecht. Das sah ganz gut aus eigentlich. Oder? Was denkst du? Ja. Ich würde sagen, man kann das nochmal probieren. Ich probier's nochmal. Okay. Können wir mal gucken, wo ich hingucke. Vielleicht kann man das ein bisschen korrigieren. Okay, vielleicht hat man doch nicht genug Zeit. Weiß ich's nicht. Hat sich jetzt deren Lauftiming geändert? Nee, ne? Und meine Kamera guckt immer noch in die gleiche Richtung. Ich kann das Ding nicht abschießen. Ich probier's gleich mal mit einer einer Disc, aber... Dann doch halt ein... Dann ist bestimmt sowieso Alarm, wenn ich irgendwie das Teil nicht... Oh Gott. Ach, nee, das ist... Nee. Ich glaub, das geht nicht. Ja. Äh... Ähm... Musste doch einem hinterherlaufen, aber nicht zu nah. Guck mal, das sind immer zwei Laser gleichzeitig aus. Doch nicht, aber eben war das... Ja, immer die halt, wo er durchläuft, ne? Ja. Gut, ich lauf gleich hinterher. Also du kannst ruhig ein Stück hinter ihm bleiben. Boah, und durch. Wahrscheinlich muss man die gar nicht töten, ne? Ich glaub, das geht auch gar nicht. Kamera... Verdammt, Kacke. Ja, du hast es geschafft, und hoch. Komm, meine dritte an. Da musst du raufklettern. Da musst du raufklettern. Nein. Doch, jetzt bist du doch wieder da, wo du angefangen hast. Okay, gleich. In der nächsten Woche. Hahaha. Ist das dumm. Geil. Genau, hier diese Leiter. Go, 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 go. Schafft. Treten. Ich glaub, schafft. Oh ja. Ist das da treten? Ja, steht immer noch. Da drüben ist was. Hier. Das ist nix. Bist. Mach die Ratten platt. Ein wilder Kampf im End. Was ist denn da los? So gucken die also nach, ob da was ist. Komm. Es ist ja Duell. Komm. Ich oder du. Ist mein Gang. Es kann nur einen geben. Okay, jetzt guck ich da nochmal durch. Zwei Öffnungen jetzt. Ja, nur gucken. Komm schon, Kamera. Lass mich nicht im Stich. Ähm. Ja. So ist schon besser. Da ist ein Schalter. Kannst du den abschießen von hier? Könnte da. Ich glaube nicht runterrücken. Abschießen. Ja. Man kann ja die Schalter auch so durch Abschießen aktivieren. Ah ja. Gute Idee. Okay. Und dann mal gucken, was der bewirkt. Okay. Dann gehen die hier für eine gewisse Zeit wahrscheinlich aus. Oder für länger. Für länger, ne? Deine Nummer. Cool. Ah. Das ist einfach nur tatsächlich nur ein Schalter, der das an-aus macht. Ja. Lassen wir erstmal aus, ne? Ja. Dann, äh, gehe ich mal kurz weiter. Ja. Und guck da nochmal runter. Wird bestimmt gleich entdeckt und dann war es vorbei irgendwie. Ah, hier ist eine Scheibe zum Durchgucken. Ach komm. Da hat noch ein Schalter. Haha. Das ist bestimmt der andere. Komm. Jawoll. Ja und bei dem anderen müssen wir wahrscheinlich raus. Also dann, äh, wieder raus. Nachüber. Äh, ich sehe nichts. Nicht so weit. Hm. Ach Gott. Ja, links. Ist das gut. Genau. So, jetzt sieht man wieder was. Da geht's nicht weiter. Offensichtlich nur da und... Perlen. Oh. Nicht den Schalter drücken. Ja. Nehmen. Wenn ich die jetzt einfach nehmen, dann geht der Alarm los. Ich sag dir das. Egal, nimm. Okay, egal. Drei Perlen. Geil. Mann, wie haben wir uns über eine Perle gefreut. Ne, früher. Als wir noch klein waren. Drei auf einmal. Wie soll man denn hier ohne den Viereckschalter reinkommen? Ich mein, man braucht ja nur den Dreieckschalter um reinzukommen. Ich tippe mal, dass das ähm... Ja, dass das einfach dann anders aussieht hier. Wenn das nicht so weit kommt. Okay. Okay. Die Tür war noch nicht da. Vielleicht auch das. Also gut. Komm. Oh, da vorne ist wieder was. Duck dich. Da drüben ist was. Puh, ich gehe. Ganz da. Okay, da kommt er und untersucht. Duck dich. Duck dich. Duck dich. Duck dich. Duck dich. Hinter der Wand. Nein. Von wo müssen wir jetzt nochmal? Von da. Von der Geldkiste. Die Perlen wurden gesaved. Machen wir denn dadurch Plus, wenn wir jetzt immer wieder sterben? Ich glaub nicht. Okay. Dann. Wo soll ich... Wo soll man denn in Deckung gehen? War da eine Kiste? Ja, da ist eine Kiste. Direkt hinter der Tür hier. Alles klar. Ducken. Alarm! Alarm! Ich glaub das war Pech. Könnte sein. Ich bin nicht sicher. Ich werde die gucken immer gleich, wenn man da durchgeht. Also jetzt sofort ducken. Ja. Und jetzt. Ja, top. So. Und diesmal... Diesmal kannst du ihn sogar killen. Der hat so einen Rucksack auf. Oh ja. Und es ist nur einer und hier gibt's Druckschalter an der Wand. Das ist denn das Gelbe? Schießen! Jawoll. Sehr schön. Achso, das ist gut. Ja, jetzt ist er safe. Kannst du jetzt die Kamera abschießen, die da noch so schwört? Testen das mal. Geh mal aus dem Bild her. Schau, Typ. Typ, hau ab! Ne, da passiert nichts. Ne, okay. Vielleicht machen die auch nichts, wenn die nicht von den Alphas aktiviert werden. Dann tritt ihn mal. Oh Gott. Nicht sterben. Ich glaube, jetzt ist der Raum hier safe. Relativ safe. Du kannst noch den Schalter drücken und dann durch die Tür. Ja. Hinten ist noch irgendwas, ne? Da kann man auch was machen. Ja, der Schalter, ne? Also hier ist auch noch einer. Ne, das ist ja nur eine Lampe. Ja? Okay. Gut. Hast du das so gedacht? Ja. Das kann so gedacht sein. Das machen wir nochmal. Ja, wir sind wahrscheinlich schon auf dem Weg zurück Richtung Ausgang. Weil die Perlen haben wir ja schon gefunden. Und wir schätzen mal, dass das nur so ein Raum für Perlen ist hier. Ist die Tür jetzt auf? Hier hast du was gedrückt. Dreimal glaube ich. Na dann ist hier bestimmt auf. Richtig? Alter! Also der Dings da Wumms da piept. Du kannst aber von hier aus auch das Ding abschießen. Stimmt. Oder ob ich... Auch. Stimmt werden die vom blauen Laser aufgehalten. Nein. Verdammt. Ah ne, es hat geklappt. Cool. Gut. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nicht so weit, nicht so weit. Wir haben es vergessen. Gut. So. Back. So. Batz. In your face. Sobald man sich mal sicher fühlt hier, ne, kriegt man direkt einen Schuss. Wir haben hier extra ein Fenster eingebaut, durch das nur wir sehen können und die nicht. Aber gut, wie kommt man an dem vorbei? Natürlich geduckt an der Kiste lang. Er muss sich umdrehen und dann geht's wieder los. Genau. Dreht er sich um? Ich glaube, der dreht sich nicht um, oder? Schon. Hm. Huch. Von da kommen wir. Ich habe nichts mehr weiter gedruckt. Ich habe nur, äh, die Kamera ist irgendwie umgeschwenkt und dann lief ich automatisch zurück. Echt? Ist das ein Zeichen? Mach nochmal. Ach, okay. Jetzt. Jetzt. Ich muss ihm auch gar nicht aufmachen. Ach, ist okay. Also an der Wand lang. Wahrscheinlich, oder? Uah. Ach so. Ah. Jetzt musst du aufpassen, wo du dich versteckst. Pass mal auf. Hast mich nicht gesehen. Komm, Junge. Haha. Geil. Wo soll man sich denn da verstecken? War ich auf der falschen Seite? Ich dachte eigentlich nicht. Oh. Okay. Hast du Lust, das zu machen? In der nächsten Folge, oder so? Ja. Ich probiere es jetzt. Okay. So, jetzt hier stehen. Oh. Oh. Gut drüber. Nochmal hier. Huf, das war knapp. Jetzt hier hinten? Hahaha. Ja, er leckt mich doch. Der kommt auch noch mit, willst du mich verarschen? Ich muss ihn töten Ich trau mich nicht Ich trau mich nicht Der geht wieder weg Ich hab keine Kamera Nein Verdammt nochmal Nochmal von vorne, warum nicht Gut, in der nächsten Folge schaffen wir das Bis dann Bis dann Tschüss